Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11.010 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Fähigkeit zur Lösung von Problemen ist eine wichtige Kompetenz im Leben. Die Fähigkeit zur Lösung von Problemen ist eine wichtige Kompetenz im Leben. Im Glas ist hausgemachtes Sauerkraut von meiner Mutter. Im Glas ist hausgemachtes Sauerkraut von meiner Mutter. An meinem Geburtstag esse ich immer ein Stück Schokoladentorte. An meinem Geburtstag esse ich immer ein Stück Schokoladentorte. Der Mond ist ein stiller Begleiter auf der Reise des Lebens. Konzeptionell gesehen integriere ich humorvolle Elemente, um unterhaltsam zu lernen. Konzeptionell gesehen integriere ich humorvolle Elemente, um unterhaltsam zu lernen. Eine Umarmung ist ein Zeichen der Nähe, das die größte Entfernung überbrücken kann. Eine Umarmung ist ein Zeichen der Nähe, das die größte Entfernung überbrücken kann. Unter der Decke hängt ein imposanter Kronleuchter. Unter der Decke hängt ein imposanter Kronleuchter. Unter der Decke hängt ein imposanter Kronleuchter. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. und дум Ihr möchtet, den Kanal annehmen. Vielen Dank.